Hallo und herzlich willkommen zu Captain Claw Part irgendwas von Level 11, 12, 12? Ich glaube schon 12. Ja, okay gut. Ja, die Chronologie mit Level und sowas hat sich ja jetzt komplett für den Arsch erwiesen. Ich bin heute richtig schön weiß, bis es draußen mal wieder richtig hell ist und nicht mal wieder ein bisschen Tageslicht sehen will. Sehe ich viel zu selten. Ja, jetzt wird hier... Aua. Hier kam immer viel von der Decke runter. Okay, das habe ich ja richtig gut gemacht. Doofe ist halt echt, dass ich jetzt nur noch 0 Leben habe immer. Und da relativ schnell sterbe. Ich könnte natürlich New Game machen für Level 12, dann würde ich mit 2 Level starten. Äh, 2 Level 2 Leben starten. Jetzt probieren wir es nochmal und dann entscheide ich mich, ob ich das vielleicht nochmal von vorne angehe. Hey, big boy. Ganz an der Kante. Jetzt kommen. Ach, nö. Okay, das ging doch einigermaßen noch gut. Ah! Jetzt komm. Jetzt komm. Jetzt komm nochmal. Ach Gott. So. Das macht es nicht unbedingt leicht, dass der ganze Zeit der Wind schon gerucht wird. Hey, big boy. Ich glaube hier probieren wir es mal so. Man kann auch, wenn man gegen die Wand rennt, nach 2 Sekunden wird man schneller. Aber ne, hier anscheinend nicht. Ach Gott, was war das hier. Ach, ist so ein nerviger Abschnitt, ouch. Außer es kam da alles auf einmal runter. probiert mal oben die holen jetzt hat man gesehen dass es schneller wird jetzt wenigstens was okay da muss man schneller sein auf klar ich dachte da könnte man vielleicht stehen bleiben kann es mal aufhören zu rücken mir wird das schon ganz schlecht am kopf gott das wird richtig scheiße der funktioniert so ich benutze es mal von denen paar so wenig lebensenergie habe und so wenig allgemein auch kommen erzählen wir noch nichts ich hab doch schon wieder umgedreht hat sich erzähl mir doch nichts konnte ich denn da getroffen werden da ist jetzt die frage soll ich eventuell mal new game ab level 12 machen komme ich mit zwei leben mal da ran sechs leben sogar ok krass ok ich dachte immer es wären zwei ok gut dann damit wäre es ist ganz ein bisschen einfacher man natürlich jetzt wieder perfekt jetzt quasi wieder bei null schätzen an aber ich will das spiel mal durchspielen und mit null leben wer ein bisschen schwer geworden und ich will ja auch kein jahr lang das machen hier jeden tag tag mehr übertrieben aber auf jeden fall wird man auch ein bisschen weiter kommen macht da wäre noch eins gewesen klasse ok das macht das ganze natürlich ein bisschen interessanter ich bin der drittel davon hatten wir nur drei noch mal kontrolle ich bin immer noch weiß aber das schön das ist meine normale körperfarbe 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 ist laut definitionen irgendwie so ein bisschen rosa ja so die fleischfarben aber vielleicht doch eigentlich rosa was sind das alles für schnitzel da komme ich doch nie da komme ich doch niemals so ach so stimmt da ich erinnere mich wieder okay das war da musste ich hier rechts rum jetzt kann dieses ruckeln von dieser karte das macht es echt nicht einfach ich bin auch getroffen worden aber wenigstens man hier kein schaden mich schön treffen lassen die hat mich noch getroffen die sau da komme ich nicht na was sagt er da eigentlich damit er plötzlich zum holländer und klingen und kriegen dann wird auch immer das bedeutet das wird ja immer schwieriger ich soll übrigens keine dynamit stangen mehr verwenden die auch ich nachher beim boss jetzt weiß ich bin irgendwie zu blöd für diesen teil gerade im moment warum weiß ich nicht ich hoffe mal er bekommt noch ein paar ich habe echt nie mehr so viel lebens ich will eigentlich nur durchkommen irgendwie durchkommen 25 lebens energie nach 40 so weit wie ich heute eigentlich ja beruhig dich ah wie weg wie weg hm hm schaffe ich es heute bis 2.2 ich hoffe das sind halt richtig ätzend nervig aber die schüssel nämlich mit na jetzt kommt schneller in diesem ruckeln wird einem echt schlechten kommen wir vor der turbulenzen am flughafen im flugzeug es geht sogar man kann ja hier nichts todes stürzen auch zum ersten mal hat es überhaupt funktioniert die misstant und er nicht trifft aber jetzt ist sie gestorben solche sachen müssen level in und auswendig einfach durchgehen ach komm aber wenigstens gibt es relativ viel heilung oh mann da fällt mir jetzt auch wieder was auf den kopf ich nehme ich nehme es an holy crap das war auch richtig knapp aber ich nehme es an ich nehme es an ich nehme es dankend an ich nehme es dankend an auch das wollte ich nicht jetzt habe ich nur noch ein noch mal gucken au fällt mir da jetzt auch was auf den kopf jetzt kann man es nicht mehr schaffen das ist so was ist echt ätzend wirklich ätzend solche stellen ja was soll ich denn da machen das ist die behindertste stelle ja da muss man so knapp mal springen zum glück habe ich es nochmal angefangen mit sex leben jetzt war ich fast oben weil sonst müsste ich die stelle ich schaff es jetzt wahrscheinlich sowieso nicht mit den sechsten leben aber jetzt überlegt man ich müsste jetzt mal mit null leben bis hier hin laufen ich habe es nur noch zwei aber wenigstens geschafft ich kann nicht mehr reden ja da kommt jetzt speicherstand zwei aber naja gut wenigstens zwei besser wie nix ne bis ich die zwei leben verballert habe hier morgen Hallo, Amateur, ouch! Hab ich ein Leben gekriegt? Jetzt hab ich eins bekommen. Nicht schlecht. Ich finde es schön, wie ich einfach mal einen riesen Teil, glaube ich, abgekürzt habe durch den mega Zufall. Kleine Lover! Es reicht, darauf zu lachen. Die Thorns von Lux, ey. Ahem, 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 ahem. So. Hey, big boy. Ich bin schon relativ weit, glaube ich. Okay, hier geht es nirgends lang. Oh, das war zu... Oh, das war zu... Oh, das war zu... Oh. Ich dachte schon, das wäre zu knapp. Oh, ich bin mein Boss! Okay, krass. Okay, krass. Okay, 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 okay. Ach, ja, guck. Oh Looks like I'll need a heavy artillery Den Aquatis aha, what? Hä? Ah Ey, okay, ich bin noch nicht so ganz, ich verstehe es noch nicht so ganz Eins nach dem anderen, ja? Okay, vor allem, warum hat der mich hier getroffen? Hey! Kann alles empfehlen! Ähä hä, verstehe ich, bin noch nicht so ganz äh Okay wenn der so rumfucht, kann kann ich nichts machen Hey! hat es nicht getroffen das trifft ein obwohl man dreimal treffen und dann kann man das ding hier rüberschmeißen dann dauert es ungefähr ein jahr wie so getroffen wird ich glaube fünfmal muss man treffen ich hab's schon dreimal geschafft nein fuchtel nicht verdammt okay es ist doch ein bisschen schwerer ich habe mich gleich mal drei dreimal dumm erwischen lassen nicht fuchteln ist doof okay ich verstehe es nicht das waren die einer wischen das weiß ich nie so richtig das mal früher ja 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 Na? hey! oh ah 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 Oh schon! I got my hiccup Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh First try! Den krieg ich ja eigentlich fast noch vielleicht leichter hin. Aber! Das hab ich doch gut gemacht. Bin stolz auf mich. Gut, mit den Sex leben. Eingesammelt habe ich, glaube ich, so gut wie nix. Oh, es geht. Könnte schlimmer sein. Jetzt kommt die Katzequenz. Tiger Island. Redtail. Redtail.